Ja, danke, ich bin eigentlich total zufrieden. Leider heute auch einen kleinen Fehler in die Zwarerwechsel und noch etwas, was so ein bisschen auf mich gehabt geht. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, wie er sich präsentiert hat, noch ein bisschen besser als im Grand Prix und ich freue mich auf die Tür. Ja, man fühlt sich total daheim und freut sich natürlich, dass man die ganzen Leute sieht, die man so kennt. Und es macht Spaß, das Essen ist gut, die Stimmung ist gut, es ist wirklich voll und ich bin froh, dass ich da bin. Super Atmosphäre, ausverkauft bis auf den letzten Platz und es hat halt auch Großbritannien Team Gold gemacht. Und also das Stadion hat im wahrsten Sinne des Wortes gepäbt, es war so gigantisch und es war wirklich tolle Stimmung. Wir haben jetzt noch einen Tag Pause sozusagen und übermorgen findet dann die Tür statt. Ich habe schon meine Startzeit, die ist fünfte in der Prüfung und morgen nochmal so ein bisschen Linienführungen aus der Tür üben. Aber nicht zu viel machen, weil das Turnier schon doch relativ lange dauert und dann hoffentlich eine schöne Tür retten. Musik